Hey ihr frechen Stoffhändler, willkommen zurück zu Mafia, weiter geht's. Uiuiui, das wird immer fadenscheiniger hier alles, das wird immer so ein bisschen unheimlicher. Schwarzarbeit 1938. Das wird nicht mehr lange gut gehen, wie wir wissen. Und es bahnt sich alles schon so ein bisschen an. Als Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht fünf Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels. Bleibt wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung oder's knallt! Boah, die dümmste Idee ever. Machen die das echt nur zu zweit? Jetzt grad den Einbruch? Ihr seid doch nicht ganz sauber, oder? Wir glauben, dass ihr heute Abend eure Kinder in die Arme nehmen könnt. Okay? Seid heute keine Helden. Keine Dummheiten, verstanden? Ja, fünf Minuten, aber doch hat keiner Alarm geschlagen. Und hier gibt's doch was Schönes. Dein Detective, ja, 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 ja. Ich mach's schon, Pauly. Keine Sorge. Bam! Oh nein! Boah, die nicht rumpallern, ne? Ich hoffe mal nicht, dass der schießwürdig ist. Aber das kann doch nicht gut gehen, ey, wenn Pauly das geplant hat. Wie läuft's bei dir? Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder, Kumpel? Los, weiter! Damit kommen sie nicht durch. Nicht Typen wie sie. Schere dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Das wird so nicht funktionieren. Mit zwei Leuten, da brauchst du schon ein größeres Team. Ach, Pauly, Pauly, Pauly. Was macht man nicht alles für so einen Typen, oder? Denk dran. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn juckst! Schießt! Na, war ja klar, oder? Oder hab ich's vergeigt, weil ich nicht richtig drauf gezielt hab? Ich hab genug von dir! Brauchen hier drüben Hilfe! Geh in der Karte! Da geht's! Ach, Schüsse! Na, komm! Was haben wir denn hier? Cell Macano! Oh, oh! Sorry, Kumpels! Aber ich konnte es leider nicht verhindern. Oh, da hinten ist der Tresor. Aber erstmal der Direktor. Was machst du hier? Der Schlüssel ist auf dem Tisch! Niemand muss sterben! Ich muss nicht sterben! Na, für Niemand muss sterben ist ein bisschen zu spät, meinst du nicht? So ein ganz klein bisschen. Okay. Aber das Teil braucht man echt nur einen Schlüssel. Ja, sehr gut! Das Geld, wir hauen ab! Läuft euer Plan! Ah, wenn der Schrott findet, ist das Kacke! Du aber auch! Boah, Pauli, Pauli, Pauli! Das kann doch nie im Leben was werden, du! Du bist so ne Pfeife! Ja, und jetzt gibt's wieder nur ne Riesenschießerei! Da haben wir alle nichts gewonnen! Noch mehr Tote! Oh, wir müssen die gar nicht erledigen, ja? Oh nein, komm schon! Mach jetzt, Pauli! Der braucht immer so lange, der Typ! Ja, ist... Ist okay, Pauli, lass dir Zeit! Ja, ich merke's, da ist alles hinter mir gerade! Boah! Das lief jetzt gar nicht mal so schlecht! Dafür, dass es... ...alles im Eimer ist, der Plan! Oh nein, da vorne sind wieder welche, oder? Der ist irgendwo in North Park abgeschüttelt! Sucht weiter! Er taucht schon wieder auf! Um Himmels Willen! Oh, die geben gerade ganz schön Gas hinter mir! Hey, ganz ehrlich, das hätte nicht gut gehen dürfen! Das war so idiotisch, Mensch! Das war so idiotisch! Ja, was jetzt? Nee, ich bin doch richtig! Aber Sam hat schon einen eigenen Club? Nicht schlecht! Wir sind fast da, Tom! Fast geschafft! Es ist immer noch fast, Pauli! Wir haben's erst geschafft, wenn man Herz sich wieder beruhigt hat! Wie gesagt, das hätte nicht gut gehen dürfen! Das war einfach viel zu dumm! Das war einfach nur viel... Oh! Also, Tommy, ganz ehrlich, du hast ja ein bisschen Grips! Du hättest gleich von vornherein sagen müssen, zu zweit klappt das schon mal gar nicht! Und dann auch nicht mit Pauli! Der ist doch nicht ganz sauber! Naja, fast noch richtig schön eingeparkt hier! Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Wir sind reich! Wir sind reich! Ja! Auf uns beide! Klar! Wir müssen los! Wir sehen uns morgen! Es sei denn, ich bin auch vorbei! Ach, komm schon, war ein Scherz! Ey, ohne dich da hätte, da wär das gar nicht gegangen, das weiß ich! Fahr nach Hause, feier mit Sarah! Schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle! Ja, okay! Viel Glück! Dann sieht's dich, Kumpel! So ein Vogel, der Typ! Ah! Naja! Schwarzarbeit! Der letzte große Wurf! Ja, das glaub ich aber auch! Dass die aber auch immer damit vonkommen, der Niedergang der Kunst, 1938! Dass die niemand erkennt oder so! Sieh einer an! Christus ist auferstanden! Ich wollte schon den Bestatter anrufen! Tut mir leid! Ich konnte einfach nicht einschlafen! Ich auch nicht! So wie du dich ständig rumgewälzt hast! Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich! Sieh ganz danach aus! Ich hab nachgedacht! Wirklich? Das ist ja was Neues! Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren! Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauly und ich haben etwas Kohle verdient! Ha! Hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt! Sowas in der Art! Pack deine Sachen! Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauly! Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts! Klar, du und Pauly seid plötzlich reich! Und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch! Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht! Du zitterst! Am ganzen Körper! Ja, du bist wegen etwas nervös! Du weißt selbst nicht, warum! Wahrscheinlich! Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauly fährst! Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht! Pauly ist in Ordnung, sorg dich nicht! Dann sehen wir uns also bald! Das wage ich leider zu bezweifeln! Ach man! Tommy Angelo! Also wir haben ja schon gesehen im Prolog, dass er sagt, er ist arm mit der Kirchenmaus, der hat nicht mal genug Geld, um den Kaffee zu bezahlen! Tja! Ich frag mich aber, warum hat jemand wie er nicht irgendwo ein Geldversteck im Haus? Oh, das sieht ganz schön fies aus irgendwie, oder das Foto? Mann und Frau, Juni 1934! Also erstmal mit der Kippe und dann hat er so eine Narbe auf der Wange, glaube ich, sah zumindest so aus! Hat er die hier? Hat er eigentlich eine Narbe? Nein! Vielleicht war es nur Einbildung! Oh Gott, dieses Auto! Er gibt aber auch immer Vollgas hier, ne? Mit quietschenden Reifen! Ich weiß, wie gesagt, gar nicht mehr, was passiert ist damals, wie das Spiel jetzt weitergeht oder ausgeht. Ich denke mal, so lang wird es nicht mehr gehen. Ja, da sind wir! Der wohnt ja immer noch in derselben Drinksbude. Was ist denn da los? Diese Gegend geht vor die Hunde. Was ist mit der Tür passiert? Weiß der Himmel! Hey, hast du letzte Nacht den Krach gehört? Nee! Ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Oh oh, wer kann das wohl sein? Ja, ich weiß nicht, dass der immer noch hier wohnt. Verstehe ich nicht. Pauli! Oh Gott! Pauli! Oh Gott! Oh Gott! Das ist... Pauly? Sam. Ich bin's. Tom. Wo ist Pauly? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte... Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben. Ehrlich. Wovor warnen Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar. Kein Problem. Soll ich zu Pauly kommen? Nein. Nein, ich muss hier weg. Treff mich. Bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und... Danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Boah, Kacke. Ich muss los. Tut mir leid. Wie paranoid aber auch gleich alle sind. Weißt du, sofort wird da Verrat gewittert und alle werden umgebracht. Die wollten dir was abgeben, dachte ich. Jetzt willst du erst die Bullen? Ist ein bisschen spät. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Schiss wegen einer Autobombe. Also, hätte ich jetzt. Ich wäre gar nicht erst eingestiegen. Oh, komm schon. Oh, mir ist ja mal immer tritt, die Karre. Ach, Sam ist ein guter. Wir haben uns ja schon ein paar Mal gegenseitig das Leben gerettet, aber... Willst du dich verarschen? Was ist denn heute hier für den Mordsverkehr überhaupt? Ist ja grausig. Dass wir wirklich nicht ein paar Dollar einstecken haben, ich verstehe das nicht. Alles recht gut situierter. Stehenbleiben, Tommy. Scheiße. Hey, Tom. Sam. Was ist hier los? Du und Pauli. Ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Danach hast du doch bei Pauli gesucht. Hier, dein Anteil. Mehr als du verdienst. Sam. Du warst es? Du hast ihn getötet? Nein. Pauli hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles, alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Der Don weiß von Frank, Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri hat dich gebocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Leb wohl. Lass dich nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Sam, du bist so ein Schwein. Wir haben ja noch versprochen, dass wir die Frau verschonen, weißt du. Und jetzt so dankbar ist uns. Wo, in deiner eigenen kleinen Kack-Gang oder was? Oh, Sam. Wow, das wusste ich jetzt echt nicht mehr. Das hat mich jetzt auch ein bisschen getroffen, du mit Sam. Weil eigentlich war er so der unser Dickster, oder? Was tust du, Sam? Ja, ich würde fast sagen, Sam war unser dickster Kumpel hier. Ja gut, Paul hier auch, aber der war halt ein bisschen zu unkontrolliert. Ach man, Sam. Arsch. Was beim Bruder? Wupp. Sorry. Wurde ganz kurz unterbrochen. Hey. Wo seid ihr denn? Hey, Vorsicht, Jungs. Ist echt doof hier auch so eine Deckungsmöglichkeit. So nicht. Wo seid ihr denn? Oh oh. So. Hauptsache, wir wissen Muni. Ja, das wird alleine gegenübermacht. Das kennen wir ja zum Glück schon. Ist nichts Neues, Sam. Damit kannst du uns nicht schocken. Die wär's auch mal mit ner fetten Knarre und ich... Oh, warte mal. Die Schrot. Ne, lass die Schrot. Äh. Äh. Judas. Mach's schon, Jungs. Du stirbst. Wir werden gebrühter. Sorry, Tom. Du würdest es auch tun. Du Judas. Das ist unsere eine Regel. Du stirbst, Taxifahrer. Wow, als wäre ich noch Taxifahrer, ihr Luschen. Kommt so hart hierher. Kommt so hart hierher. Schau den Kerl aus. Schießt. Wie gerne dich jetzt ins Repertiergewehr, ihr Penners. Hey! Haha. Ich habe mir ganz kurz ein bisschen Lebensenergie, auch wenn ich sie nicht wirklich brauche. Aber... Ihr kennt's ja, ne? Lieber jetzt als gar nicht. Mann, Sam, ich bin echt enttäuscht von dir, du Affenarsch. Also wirklich, wirklich enttäuscht. Hallo, kann ich da nicht? Okay. Super Science. Jetzt kommt er! Macht ihn fertig! Ich mache ihn zum Kleinholz. Hier, breit! Ja, hier geht wieder so scheiße Entdeckung. Hey, was soll denn das? Oh, Sam! Oh, Sam! Was haben wir hier? Valerio Macano! Das Gelände ist doch schlecht einsehbar. Oh, ich habe ihn für mich. Ich mache mich! Oh, das ist doch was! Oh! Oh, das ist ein sehr lustiges! Echt! Oh, das geht um. Oh, das ist doch sehr lustig! Jetzt zu mir, Mann! Oh! 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 Ergieß dich einem Schicksal und verschwende nicht meine Zeit! So! Ihr blöd Männer! Oh nein! Ich muss mir ganz kurz mal ein bisschen Heilung holen, ich komm gleich wieder Jungs, ja? Bleib schön anständig! Wir machen dich fertig! Geht schlecht mit Kugeln im Kopf, mein Freund! Ach Sam! Das wird aber so einen schönen Kopfschuss verpassen! Oh nein! Du hast keine Jungs mehr! Geht rum! Okay! Terror Tales! Gehen dir die Leute aus? Das ist doch nicht Verwaltung! Salieri hat uns abgezogen! Das weiß vielleicht! Aber nicht! Ich bin bei sowas brauer! Gehe in Deckung! 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 Du bist eine Schande für die Familie! Du bist eine Schande für die Familie! Wie viele Granaten hast du noch, Sam? Jetzt reicht's aber. Glückspreffer, Tom. Zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs. Immer noch. Bringt ihn oben, bevor ihr mich erwischt. Ja, in dein Gesicht, ne? Jetzt reicht's aber echt. Servo bist. Der kommt nicht weit, der ist angeschossen. Ja, und der blutet ganz schön. Was dieses Leben sagt, Tom? Die Leute sind gar mit angesehen. Jetzt gibt es nur einen Ausweg. Und ich bin derjenige, der ihn dir gibt. Egal, wohin du fließt, Salieri wird dich finden. Also im Moment bist du derjenige, der flieht. Mein Freund. Aus diesem Leben kann man nicht aussteigen. Du bist der Mann. Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don, er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Du kannst es nicht richtig. Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Ich bin, Ja, ist echt eine traurige Sache. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und vier Jungen. Irische Zwillinge? Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die Angst, dass jemand von Ihnen vor Ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich Sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen Ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zu Witwe machen. Und Sie am Leben zu erhalten, ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen. Für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist auch schon alles. Dann muss das genug sein. Tja, Epilog 1951. Vor langer Zeit. In einem anderen Leben. Erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe acht Jahre Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden, damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann. Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin und ein wenig weiser, erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen, auch wenn sie uns immer entwischen. Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Tommy! Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld. Arbeit. Sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie. Familie ist für immer. Boah, dieses Ende ist so übel. Und es zeigt mal wieder, es gibt keine Happy Ends in Mafia-Geschichten. Und ja, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber vielleicht habt ihr den zweiten Teil schon bei mir gesehen oder wollt ihr noch sehen, jetzt im Anschluss. Diese beiden Typen, die lernt man da ein bisschen besser kennen im zweiten Mafia-Spiel. Es kommt, übrigens, ich wurde schon jetzt wieder öfter gefragt, es soll von Mafia 2 auch ein Definite Edition Dingens rauskommen und das werde ich natürlich spielen. Also keine Sorge, wenn es dann soweit ist, dann werde ich das zocken. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust drauf. Ich finde aber auch der alte Teil vom, also der alte zweite, der ist auch grandios. Es ist mein Lieblingsteil sogar. Der dritte ist deutlich der schwächste, den würde ich auf keinen Fall nochmal spielen, glaube ich, auch wenn er als Definite Edition rauskommt. Ja, es macht wahrscheinlich kaum einen Unterschied. Gut, Leute, das war's. Schreibt mir in die Kommentare gerne, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, es war ein bisschen abgespeckt, ein bisschen flotter das Ganze als das Original, nicht so viel rumgefahren, aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich hoffe, ihr habt da noch ein paar abschließende Worte. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das so seht und danke für eure Unterstützung in Form von Bewertungen und natürlich Kommentaren und auch an die Kanalunterstützer nochmal. Vielen, vielen Dank. So, jetzt, da das vorbei ist, habe ich wieder Zeit für Mass Effect 2 übrigens, falls, ja, habe schon einige gefragt. Auch, da haben einige gefragt. Ja, es fragen so viele Leute, unglaublich. Ja, auf jeden Fall Mass Effect Teil 2 kommt hier der erste Part und dann auf dem Zweitkanal geht es weiter, falls es dann jemand verpassen sollte. Deswegen immer hier so der erste Part als Ankündigung. So, ich bedanke mich recht herzlich. Schaut gerne mal bei den anderen Projekten vorbei. Ich habe ja nur so 13.000 Videos ungefähr. Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich drauf, was da in Zukunft vielleicht noch so kommt von Mafia. Macht's gut. Ich bin der Bruga und wünsche euch viel Spaß. Tschüss.